Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um meine Käufe aus den letzten Tagen, beziehungsweise aus der letzten Woche. Ich habe hier vier Aktien halt erworben. Eine war ein Nachkauf, den sehen wir auch direkt hier. Und dann habe ich noch drei neue Aktien bei mir ins Depot mit reingelegt. So, beginnen wir direkt mit dem ersten. Das ist Alibaba, den habe ich auch schon Ende Oktober nachgekauft. Habe jetzt auch noch mal zugelegt durch den Kursrutsch. Habe ich hier noch mal einen guten, ordentlichen Preis bekommen. Habe nicht den ADR gekauft, sondern die Originalaktie habe ich mir erworben. Und ja, hier sehen wir auch die Bewertung von Alibaba, 15 von 15 Punkten. Ich habe Alibaba, glaube ich, zu meiner dritt- oder viertgrößten Position gemacht jetzt in dieser Woche. Ich habe sie ja schon im letzten Monat extrem stark aufgestockt. Habe sie hier verdoppelt. Und jetzt habe ich noch mal eine Tranche mit reingelegt. Und habe sie, ich weiß das gar nicht aus dem Kopf, aber ich meine so zu meiner dritt- oder viertgrößten Position damit gemacht. Wir sehen, die ist sehr, sehr gut aufgestellt. Auch im technischen Bereich. Wir haben hier eine sehr große Marktkapitalisierung. Und wir können uns vielleicht hier mal anschauen, wie sehen denn die Umsätze und Gewinne aus. So, dann schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Ich mache jetzt einfach mal die ADR. Man kann auch die anderen Aktien nehmen. Die sind ja ähnlich. So, und dann sehen wir hier Umsätze. Chinesische Yen. So, 509 Milliarden in 2020. Und dann 2023. Also in drei Jahren. Wenn wir hier schon bei etwa 1,2 Billionen liegen. Und der Gewinn ist auch stets am steigen. Stärker als die letzten Jahre. Was wir noch anschauen können, uns hier den Wachstum und die Rentabilität. Wir sehen hier Kapitalrendite etwa bei 12% und Wachstum haben wir hier bei den letzten Jahren etwa bei 40% Gewinn- und Umsatzwachstum. Und in der Zukunft soll das Unternehmen auch noch weiterhin etwa um 30% wachsen. So, also dieses Unternehmen habe ich jetzt noch mal aufgestockt durch den Rücksetzer. Und ja, bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass ich hier noch mal zuschnappen konnte. Falls das noch mal runtergehen sollte, würde ich vermutlich noch eine Tranche von Alibaba mir ins Depot legen. Weil wie gesagt, ich bin hier überzeugt, dass wir mit Alibaba doch schon eine ordentliche Rendite machen werden. Also beziehungsweise ich habe keine Anlagenberatung, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. So, das war also Nachkauf. Jetzt schauen wir uns die drei neue Käufe an. Da fangen wir direkt mit dem ersten aus Australien. Das ist Appen. Und zwar ist das ein Softwareunternehmen. Die machen halt Software für maschinelles Lernen, also künstliche Intelligenz. Sind noch nicht so groß. Haben eine Marktkapitalisierung von etwa 4 Milliarden australischen Dollar. Ist also eher etwas klein, kann man sagen. Dennoch sehe ich hier viel Potenzial und habe mir eine kleine Tranche davon ins Depot gelegt. Die macht jetzt etwa so 0,5% von meinem Depotwert aus. Somit starte ich quasi jetzt erstmal. Und falls der Kurs noch weiter rückläufig sein sollte, werde ich das Ganze wahrscheinlich auf 1 oder 1,5% erhöhen. Und mein Ziel ist hier bei Appen auf etwa 2,5% maximal im Depot halt aufzubauen. Wie gesagt, jetzt erstmal 0,5%. Erster Schritt, dass man schon mal drinnen ist. Und jetzt beobachte ich einfach den Markt. Das kann auch Monate dauern. Das kann auch vielleicht Jahre dauern, bis ich hier wieder nachkaufe. Das hängt wie gesagt vom Markt ab. Wenn der in der nächsten Zeit nochmal rückläufig sein sollte bei Appen, werde ich hier eine etwas größere vielleicht Summe nochmal investieren. Damit ich hier vielleicht bei 1,5% Gewichtung bin. Ansonsten lasse ich das halt so weiter laufen, bis ich dann halt Gelegenheit habe, da nochmal nachzulegen. So, also auch das Unternehmen schauen wir uns etwas genauer an. Dazu nehmen wir auch die Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen hier bei TraderFox. Und zwar sehen wir, das ist ein recht kleines Unternehmen. Umsatz von unter einer Milliarde. Und zwar haben wir 2020 voraussichtlich etwa bei 670 Millionen aus rheinischen Dollar. Gewinn wird wahrscheinlich bei 60 Millionen liegen. Das KGV ist noch recht hoch, bei etwa 47,66. Ich habe das Unternehmen ja auch mit meinem Tool bewertet. Und da komme ich auf eine, vom aktuellen Kurs gesehen jetzt auf etwa 12 bis 14% Rendite im Jahr aus. Bei dem aktuellen Kurs, wir sehen, das ist ein recht hohes KGV von 66. Aber wenn man sich schon das 22er KGV anschaut, dann werden wir da schon bei etwa unter 40 liegen. Und ich denke mal 2024 kommen wir dann schon in die Richtung 30er KGV. So, auch hier schauen wir uns mal die Rentabilität an und das Wachstum. Kapitalrendite liegt hier bei 2%, also im Soll. Umsatz in den nächsten Jahren soll etwa zwischen 20 und 36% liegen, also Umsatz und Gewinnwachstum. Und das halte ich für realistisch. Ich habe es bei meinem Tool etwa mit 16% angenommen, das nächste Wachstum für die nächsten 10 Jahre. Und wie gesagt, dann komme ich auf eine Rendite, ja, die ich halt vorausrechne auf etwa 12 bis 13, 14%. So, und die Prognosen liegen ja noch weit drüber, also 20 bis 36. Ich habe also schon recht konservativ gerechnet, habe mir das Unternehmen genauer angeguckt und habe das Unternehmen ja schon, glaube ich, seit einem halben Jahr auf meiner Watchlist, habe mir jetzt das Unternehmen mal endlich mal gegönnt. So, das war das zweite Unternehmen, jetzt schauen wir uns das dritte Unternehmen an. Sorry, so, waren wir jetzt bei Apen, ja. So, jetzt gucken wir uns das dritte Unternehmen an, das ist PayPal. Und ja, PayPal, da muss ich nicht viel zu sagen, das kennt jeder. Und das nächste Unternehmen, das habe ich nicht aufgerufen, das ist Sumrise, genau. So, Sumrise aus Deutschland, mir gleich um die Ecke quasi, nein. Spaß. So, wir schauen uns erstmal PayPal uns an und dann Sumrise. So, PayPal kennt jeder aus dem Segment. Payment ist auch sehr gut aufgestellt und da habe ich auch schon sehr lange auf meiner Watchlist, ist ein Börsenwert von 220 Milliarden US-Dollar, also ein Gigant gegenüber von Apen mit seinen 4 Milliarden. So, hier kann man nicht viel zu sagen, es ist ein super Wert, 15 von 15 Punkten. Hier schauen wir uns auch einfach mal kurz an, wie die Daten aussehen. Hier sehen wir auch den Kurs, der ist natürlich von links unten nach rechts oben, so wie jeder Aktion, der das haben möchte. Und ich denke mal, es wird in den nächsten 10 Jahren nicht weiter anders aussehen, also es wird wahrscheinlich weiterhin nach oben gehen. Hier habe ich auch, denke ich mal, so 16%, 15 bis 16% erwarte ich hier an Rendite in den nächsten Jahren. So, Umsatzwachstum wächst. 2019 bei 17, 2020 bei 21, 2022 soll es dann schon bei 30 Milliarden liegen, die Gewinne werden auch stets angehoben. Und dann das Interessante hier, was sagt, das Wachstum und erwartetes Wachstum. In den letzten Jahren wuchs das Unternehmen zwischen 17 und 46% Umsatz und Gewinn. In der Zukunft soll es etwa zwischen 20 und 30 liegen. Und hier habe ich auch etwa 20% angenommen und komme auf den aktuellen Kurs etwa mit 16% Rendite, kann ich ungefähr rechnen dann pro Jahr. Und demzufolge habe ich das ja schon sehr lange zum Thema auf meiner Wurst, ich glaube schon seit zwei Jahren, und habe mich jetzt entschieden, da zu investieren. So, also Paypal war der dritte, wir hatten Nachkauf Alibaba, ein Neukauf Upton aus Australien, dann haben wir Paypal und jetzt ein deutscher Wert, Sumrise. Diesen Wert habe ich auch schon gefügt, glaube ich, schon seit 2016, 2017 auf meiner Watchlist. Habe immer gewartet, bis ein Rücksetzer kommt. Habe es im März dann leider verpasst oder sagen wir mal, ich habe andere Unternehmen halt bevorzugt. Und Sumrise ist weiterhin auf meiner Watchlist geblieben. Wir sehen hier auch vom Kurs her, ich habe hier seit 2016, glaube ich, habe ich angefangen, die auf der Watchlist zu setzen. Dann kam die halt, 2017 war es, glaube ich, genau, 2017. Und dann ging es eigentlich nur noch nach oben und habe eigentlich immer wieder diese kleinen Rücksetzer hier verpasst. Und dachte ich mir, okay, jetzt muss ich aber investieren durch den kleinen Rücksetzer. Die letzten Tage habe ich hier jetzt noch mal, oder was heißt, jetzt endlich mal zugeschnappt und habe mir jetzt auch 0,5% vom Depotwert gegönnt. Und werde das natürlich weiterhin aufbauen, falls ich wieder Rücksetzer im Kurs kommen sollten. Dann werde ich hier weiter aufstocken, auch etwa auf 1,5. 2% ist mein Ziel bei Sumrise. So, hier auch ein 14 von 15 Punkten im Qualitätscheck. Dann schauen wir uns hier auch die Daten an. Der tat bei 105 Euro. Und ich habe sie jetzt auch, wie gesagt, erst vor ein paar Tagen gekauft. Ich glaube hier so in den Dreh hier bei 102 Euro ungefähr, glaube ich, habe ich sie gekauft. Oder 102 Euro oder 50. Irgendwie sowas in der Art habe ich hier also beim, ja, in der Kuhle hier quasi erworben. Darauf habe ich halt gewartet und habe jetzt mal entschieden, eine kleine Tranche zu nehmen. Und wie gesagt, soll es noch weiterhin dann später weiter nach unten gehen, dann werde ich meine Depotgröße auf mindestens 1% erstmal erhöhen und dann schauen wir wieder weiter. So gehe ich halt vor. Ja, ist einer der größten Duft- und Geschmacksstoffhersteller, haben Kunden aus aller Welt, würde ich sagen, wie Nestle, PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever, Henkel und Danone, Colgate, Coca-Cola, Beiersdorf. Also alles mit dabei als Kunden. Und hier sehen wir, der Umsatz 2020 soll bei etwa 3,6 Milliarden Euro liegen. 2020 dann etwa 4 Milliarden. Auch der Gewinn soll auf 2020 auf etwa 400 Millionen angehoben werden. So, dann schauen wir uns auch hier die interessante Sachen an. Hier haben wir Kapitalrendite unter 10%, was ich normalerweise sehr, sehr selten mache. Dann auch zu investieren, mache ich eigentlich nicht gerne. Ich möchte das schon eigentlich meine 15%, ich sage, über 10% mindestens haben. 15% ist schön, aber über 10% sollte es dann schon haben. Hier habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich hier mir noch viel verspreche. Die sind halt in einem Markt drin, wo ich halt noch viel Potenzial sehe. Und hier steht zwar erwartetes Wachstum zwischen 5 und 11%. Das sehe ich halt anders. Ich sehe hier etwas mehr Wachstum, weil wir natürlich hier mit einem kleinen Wandel haben. Und zwar zum Beispiel Nahrungsmittel. Wir gehen halt immer gesünder, also wir wollen immer weniger Fleisch essen, also fleischloses Essen. Und dann kommt Sunrise ins Spiel und liefert halt vielleicht diesen Geschmack für Fleisch. Für diese ganzen Sachen liefern sie halt die Duftstoffe oder die Geschmacksstoffe. Und da sehe ich auch extremen Vorteil gegenüber den anderen Unternehmen, dass sie halt noch, wie gesagt, das Potenzial haben, hier ordentlich zu wachsen. Und deswegen habe ich mir Sunrise endlich ins Depot gelegt. Zudem sind sie auch noch, ich sag mal, sehr solide aufgestellt und haben zudem auch noch Potenzial. So, also Sunrise endlich seit etwa drei Jahren gefüllt auf meiner Watchlist jetzt in meinem Depot mit 0,5% Gewichtung. Erste Tranche, Häkchen dran, ist drin. Fertig jetzt. Beobachte ich halt ja noch Qualis. Habe ich auch ja im Oktober gekauft, in der erste Tranche. Ist auch ungefähr 0,5% schwer. Ich habe jetzt Appen mit 0,5%, PayPal mit 0,5% Gewichtung, Sunrise mit 0,5% Gewichtung. Das sind jetzt Unternehmen, die ich weiterhin beobachte. Sollte da nochmal Kursrücksetzer von vielleicht 10, 15% kommen, werde ich sie auf 1% anheben. Und so mache ich das halt immer weiter. Ja, ich denke mal, das war es dann. Ich habe jetzt alle vier Unternehmen aufgezählt, die ich jetzt in der laufenden Woche erworben habe. Es war wahrscheinlich so zwischen Dienstag und Mittwoch, glaube ich, habe ich sie gekauft. Oder Mittwoch muss es, glaube ich, gewesen sein. Ja, dann war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö.